Viparita Konasana ist die umgekehrte Winkelstellung, mit anderen Worten, Grätsche in Umkehrstellung, Grätsche im Kopfstand, im Schulterstand, im Skorpion oder im Handstand. Raffaella beginnt mit Viparita Konaschirshasana oder Viparita Konasana im Kopfstand. Zunächst kommen wir also in den Kopfstand und im Kopfstand grätsche einfach die Beine zur Seite. Und das ist dann Viparita Konasana im Kopfstand oder auch genannt Viparita Konaschirshasana. Zweitens Viparita Konasana im Schulterstand. Dazu kommen wir zunächst zum Schulterstand oder Raffaella füllt es gleich im Kopf. Ja, wenn wir als nächstes im Schulterstand kommen, als erstes zum Schulterstand und im Schulterstand gibt die Beine zur Seite. Das ist Viparita Konaschirshasana oder auch Viparita Konasana im Schulterstand. Als drittes Viparita Konaschirshasana im Skorpion, auch genannt Viparita Konavrischikasana. Komme zuerst zum Skorpion und von hier gibt die Beine auseinander. Also Grätsche im Skorpion, auch eine Variation von Viparita Konaschirshasana. Alle Variationen von Konaschirshasana findest du auf unserer Internetseite yoga-vidya.de sowie in der Yoga Vidya App. Suche einfach nach Konaschirshasana im Suchfeld. Vielen Dank! und